Hallo neue Folge. Wir fliegen gegen die Base. Was? Ich glaube die sind da. Ja ja die fliegen gerade. Echt? Ja ja da hinten läuft einer. Dann ist einer steigen. Ja ja steig aus, wir sind drüber. Bei mir ist niemals offen, aber da. Darf ich ihn anschneiten? Ja ja, ich mach mit. Das ist ein Schaf. Ich will auch mal schließen. Ich habe übrigens nicht Munition für die Waffe gell? Ja ja ich weiß. Das heißt verschießt nichts. Da hatte ich Land dahinten mal grad. Da habe ich nicht mehr Munition. Ich kann dir keine geben. Ich habe keine L96 Munition. Ach so. Die sind da. Die sind da. Der hängt still. Der hängt still. Die kann man. Ne der ist wieder weg. Das ist Birkenholz. Pass mal. Geh am besten nach unten. Ich kümmere mich um den. Okay. Sonst noch welche in der Base. Nein. Äh mach dir mit dem 8 Dings mal bitte mit dem 8. Äh. Eisen die ich hab mal bitte einfach nur Brustplatte. Ich hab kein Kraft. Ja wenn man seine Basis nicht einrichtet hat man fisch. Ey die Flagge ist weiß. Was ist die eingenommen? Dann muss ich die Farbe ändern. Aber du hast keine Farbe ne? Was ist das? Hat der schon weg? Die haben unseren schönen Turm zerbauen. Ja hab ich auch nicht gesagt. Bin ich alleine? Ich bin in der Nähe. Ich such den nochmal. Ich wusste nochmal die Insel wo der war. Der ist gerade draußen. Der schießt auf mich. Ich bin Qualmer. Muss fliehen. Ich probiere den mit der Sniper töten. Mein Heck ist der ploppt. Ich hab ihn einmal getroffen. Ich glaub ich hab ihn noch einmal getroffen. Ich glaub der ist mega slow. Der weiß nicht wo ich bin. Ich hab nur noch 3 Schuss des Megas. Der schwimmt weg. Nur reparieren wir bitte in der Hauptbasis die der Werkstatt. Die ähm. Sag schon Werkstatt. Helikopterwerkstatt. Wo ist die? Ich könnte in kürzester Zeit ein bisschen versterben. Ja ich bin dabei. Helikopterwerkstatt ist einfach bei Helikopterwerkstatt. Ich hab mindestens einmal getroffen und bringen wir mit Munition für den Sniper mit. So mach mal L96 Munition wenn es geht. Ich bin gleich bei der Hauptbasis. Ich hab grad gedacht der Schaf wäre der. Der schwimmt weg glaub ich. Der wusste nicht von wo ich geschossen hab. Mist. Ist Optifall eigentlich erlaubt? Weiß nicht benutze. Scheiße. Wo ist der denn? Ich glaub der ist weggeschwommen. Kann das sein? Ich soll L96 Munition gemacht. Zum Schwarzpulver. Zum Eisen. Ich glaub ich hab da was schon gesehen. Hä? L6 L. L. wie viel L96 Munition soll ich machen? Ja. auf deine außenbasis janik ja ja ich weiß ich weiß ich weiß was los ist wo ist der denn kann ich nicht parken kann ich auf die andere base auf die andere inseln mal schwimmen nein bleibt in deiner basis ok 1234 ich bin halt richtig beklemmt ich hab noch drei schuss du kannst doch eine andere waffe ja aber ich habe mein stammet ok wenn der kontakt hier ist der clay helikopter und flugzeuge hört man früh genug oder ja noah fliegt mit einem helikopter oder flugzeug zum kenne ich muss es selbst meinen eigenen weg gehen ok jetzt muss ich nur noch die flugzeuge finden lieber helikopter mit flugzeugen warte wo bist du gerade ich bin gerade am hochlaufen warte ich komme dir entgegen ich muss nämlich was geben kann das sein hier leckes gibt das dem candy ihr müsst die basis wieder einnehmen warte will sind zu den l6 90 und das ist das die ist dem candy jetzt eine andere nennen hier nicht anders hast du viel ist die akka nicht andere seite ich hab kein fuel ist die akka voll auto ich will mir gerade auch viel ich hoffe dich mit warum so schon mal die flug die helikopter diesen auch da hätten irgendwo in der nähe ich kann jetzt nicht genau sagen wo hier hatten wir doch fuel die fäden sind noch scharf ja ja er kenne ich das da hinten übrigens gar nichts was darf ich nicht dahinten nichts machen nur die hubschrauber sind wo bist du gerade äh wieder um suchen darf ich wenn die mit wo bist du gerade hier drin darf ich die abschießen da war sie dort aber dann lieber ist noch einer hier liegt für mich da liegt für warte kennen wir haben zu tun okay du darfst die abschießen wenn du siehst aber sonst wo soll ich hinfliegen zu kennig weißt du das ist jetzt auch bitte nicht nein wer welche außenbasis denn kennys der wo ich gerade eben im schiff war nein das ist meine da fliege ich gerade hin also es ist also einfach der tunnel wenn du nein ich sehe es behauptet ist genau auf dem weg wenn du gerade aus fliegt in der luftlinie müsstest du sehen einfach gerade nach vorne fliegen die ist einfach links oder rechts links daneben ich fliege gerade zu anderen aus zum anderen außenposten ich muss gerade noch zu startrampeln kann ich damit beim flugdreck ihr müsst die weiter wenn ihr müsst ihr euch annehmen bevor ihr die eine bis an die Kriegseinkündigung machen für diese Basis okay werden die da wieder kommen vermut also müssten müssen sie ich habe richtig eine idee selbst oben und ich bleibe an einer meiner im schutz hier bleibt er nicht denn nur liefert noch was ab ach so ich bringe nur die ziel und schädlich und ich bin ich schon gesagt wie wechsel ich nicht die fahne aus wenn du dich aber als ziel hast du klein nicht du kennig nur auf die klären geworfen hast du eingesammelt er musste sein muss man kurz gucken ob die Idee die haben nicht geprägt ist aber ihr müsst auch wie getroffen mit einer Rakete und mein Herzinfarkt mir kurz Karte Karte bitte öffnen ich wollte bombardiert ja der Kenny du bist ja jetzt wieder am Spawn Point oder? ja ich trotzdem und dann musst du die mal gerade verteidigen ja wenn ich wenn ich jetzt meine Karte öffnen lassen würde kannst du nicht während du fliegst Noah gerade auch Leute halt könnt ihr nicht einmal bitte mitdenken das hättet ihr wirklich auch früher sagen können was? dass ihr nicht wisst wo die Basen sind ich weiß ja jetzt wo die sind ich komm dahin ich weiß ja wo eine ist ich weiß wo alle sind außer die Gegner beißen äh Kenny schreib mal gerade dass wir den Krieg auf die auf deine Basis erklären in den Chat warte wir sind aber ich würde das erst machen wenn wir zu 2000 nein wir müssen doch sowieso eine Minute warten aus dem kann ich dir auch alleine weg weg machen klären den äh lacht nicht über drei Schreibfehler Krieg auf auf ähm wie heißt sie besser mal? da sind wir uns meine ja 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 vielleicht schreiben lassen dass der Ankündigung und irgendein um ist also wir haben gedacht und die Ankündigung wer um wenn ihr die Uhr Rieser erklärt oder wie hallo Nico ja wenn ihr nicht mit dir die eingenommen habt dann ist erst mal vorbei die war mit der Basis ich hab' ihr euch in Herzenfax bekommen wo ich doch egal keine Weckbekommen und da äh ich fand's schön die Basis äh die Basis die andere Basis habe ich nicht angenommen da ist nicht so die Plätze ist keine Fahne von euch da ist aber nicht das heißt nur wir wollten dahin lassen ich sie auch gefallen ist das dann auch eines den Kleber dieser dann zurückgekommen und da sind wir auch die erste Basis der Bühne hab ich sie in die KC hat eben einmal getroffen nein da ist ganz gesehen ist doch egal egal nicht gesehen was noch okay ich probiere mit zwei Hungercoin dahin zu kommen hä zu Fuß oder was nein und war nicht mehr im Boot oh Kenny so gleich lass sie die eine Min um sein na du musst dich dann auf jeden Kampf bereit machen gell nur wann bist du hier oh mein Gott 1 9 5 1 1 5 5 9 so nochmal wiederhole ich nicht jetzt müsst ihr alle wissen wo die Basis ist ich weiß auch dass wir da ist ich bin weiter das ist ein sportboot übrigens klar war aus versehen was war aus versehen dass er wieder gechütet hat irgendwann behält er sich auch noch den stuff glaube ich auch ich glaube sogar dass er sich die noch nie weggelegt hat doch ich müsste gleich an meiner bester name hat einen nachteil er bewirkt er bewerkstelligt das gegenteil wenn man selbst angreift das panzer klasse das einzige was noch da ist solchen jetzt halt kommen die raketen die hört man erst viel zu spät finde ich das dachte einer basis sowieso ziemlich zerbombt ja die haben mich ja genau getroffen aber die ist an sich an sich dass die angenommen haben er noch nicht mal damit weiß ob du es bist ich bin gerade am land an okay dann bist du da ich bin der unten mit den alarm auslesen wird guck mal ich komme mit meinen stolzen boot da hinten ist ein flugzeug was normal steht ja ja das habe ich dahingestellt ich bin hier gelandet ich nehme gerade schon ein okay Achtung Candy dass der Hubschrauber der jetzt kommt bin ich äh ich löse den alarm aus ich bin das okay hey ich finde die scheiß basis war wieder gas gas wir haben gas hier oben im oberen stock haben wir haben wir gas ich werde sterben geht nicht in die oberen stöcke ich plane jetzt auch einen angriff auf die hey sterbe ich habe zu lange schwäche und vergiftung ich soll doch nicht nach oben gehen unten im untersten stockberg ist auch dieser effekt ist auch einer eingeschlagen okay also sind die da nein die haben nur hingeschossen die raketen die nerven das gas ist komplett im ganzen gebäude gewesen ich schieße auch ein paar auf die nicht auf meine base nein nein nur die basis ist eingenommen er fliegt man bitte zur anderen basis wieder zu welcher da wo du mit dem schiff warst die hat jemand eigentlich noch mein stuff bekommen der weg nein ich bin noch hier das ist denn das muss ich fragen wie das gemacht habe ich bin gleich wieder da haben die haben die raketen war die zufällig in unserer basis hauptbasis nein hauptbasis nein warum ist dann unser gesamter ähm anti erding zerstört ohne dass das dach kaputt ist ja nicht sein er ist zerstört und unsere ähm ding ist kaputt zum schießen wie jetzt zum schießen raketen abschuss warum ist es kaputt weiß ich nicht vollständig explodiert aber ich schwör auf alles was ist wenn der base nicht ja auch nicht ich hatte die aufnahme habe ich ja jetzt von hier und sonst weiche nicht auf dem server ja ok also ähm fragen ich bin ich will jetzt niemanden für dich ging also wirklich nicht aber ich kann es keine Düsseldorf sein dass eine von deinen rum experimentiert hat und jetzt auch angst hat das zuzugeben ich habe noch nicht gefragt hat einer von euch zufällig den raketenabschutzplatz in die luft gejagt nein sicher welchen raketenabschutzplatz wo ist der du meinst den unterödig in der weg dann habe ich nur fürst und da war das meine feste weil die wollte unbedingt mich spielen wollte und hat dann bestimmt irgendwas rumgepiddelt sicher sicher kann sein also ich war heute ich bin jetzt das allererste mal hier auf dem server das muss meine schwester gewesen ich durfte einen server ok ich setze den markt steht bei mir gesetzt wie braucht das ist am schnellsten wieder auf ich kenne es kenne ich steig jetzt in die frage ein du steigst auch ein fliegt einfach mal einmal um die insel dann kann ich dir genau die richtung sagen jetzt nach links noch nicht auf der insel noch bleiben ich bin ja dabei ich bin grad erst im abheben ich bin ja wieder vom server warte mir ist das oder ausgesprungen ich gehe aus dem server ich bin aus dem server ich bin aus dem server ausgestiegen ich bin aus dem server ausgestiegen ich bin ich bin alle drei noch ich musste hier bleiben überbauen war das soll ich da sein muss auch jetzt gleich weg können wir wieder drauf warte so ist noch das dach das wird schwerer wieso sind ich beide mikrofon aus äh weiß ich nicht vielleicht machen die gerade auch noch mal eine pause dürfen ja gerade eh nichts machen hat ihnen gesagt dass sie sich nicht bewegen dürfen boah darf ich wenigstens kurz mein zeug einsammeln gehen ach ja das die späunt ja gleich ja ja dann komm und flieg mal dahin das das candy bist du eigentlich noch in dem hubschrauber drinnen ja kannst du den steuern dann bin ich noch auf dem falschen platz ich habe zum land gebracht nein nicht abgestürzt ja ich bin abgestürzt aber der ist auf dem land gut dann kann ich für den wenigsten sicher dass das dann nicht packt wenn ich ja einer äh nichts mit dem helikopter machen nur die sachen einsammeln und wieder runter gehen und ich werde wieder ändern ich bin noch ein survival wenn ich kurz kräfte stoff nicht äh darf da hinfliegen gerade äh das aber ich kann nicht für die vier dort äh äh mission ich kann ja mal ganz kurz auf holen na okay du kannst jetzt fliegen wie mein zeug holen ich gucke wo die spürs ich gucke wo die spürs So, Ja, fliegen, drauffliegen, hinstellen und ich escape, sondern das Survival und die Joy. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich heute eigentlich kann. Nein, keine Ahnung, wie lange ich heute eigentlich kann. Warum hört man die? Nein, die hört man immer. Ja, ich weiß, das ist nur so eine Frage, weil ich nach Setup zusammengestellt habe und nur mal wissen, was du so hast. Ja, ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Du weißt nicht. Nö. Welche Markungen wäre ein bisschen Musik an? Ja, was weiß ich. Ah. Im Mechanik, beleuchtet. Meiner ist beleuchtet, meine Tastatur, meine Maus auch. Und ich will was anmerken, ich habe mich doppelt bei irgendeiner. Das kann ich sein, obwohl es keinen Sinn macht, weil ich ein Headset habe. Ich auch. Und bei mir kann es auch nicht sein, weil ich habe ein Mikrofon und Kopfhörer. Oh, das kann nicht sein, auch bei mir. Aber ich habe mich doppelt. Wie viele Millisekunden, wie viele Sekunden Reaktionszeit hat dein Bildschirm? Das weiß ich doch nicht. Wie viel Herz? Ich, 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 ja, also ich habe eins und so, glaube ich, glaube ich, null. Dein Bildschirm hat nur ein Herz. Nein, Janik, du hast 60 Herzmonitoren, steck mal mit zwei oder fünf. Boah, er hat 59 mehr Herzen als ich. Meiner hat 144 Herz. Nicht her. Wofür kaufst du den Monitor mit so viel, so hohen Herzen? Das ist ein Gaming-Monitor, geht, steht ganz dick in der Überschule. Oh, gut, gut, mein Monitor, der hat auch 120 Herz. 144. Das ist fast schon unnötig. Nein, das ist nicht. Hier war ein ordentlich mal Schussding, aber das ist mir egal. So, da kommt das weg, dann brauchst du jetzt die Stadtstandardding. Also sind jetzt auch die Sachen, die durch Magie getötet wurden, mit der Rakete, sind auch weg? Die sind jetzt auch weg, ja. Warte, weil ich hol mir nochmal was zu ist. Ach. Typisch nur. Ist der weg? Ja, ja, da hat sich gemütet. Das wäre nicht so ruckartig weg. Ich habe dann noch mal eine Frage, kann das sein, dass der... Ich weiß nicht, das ist meine Meinung, aber ich glaube, das war nicht seine Schwester. Doch, ich kann mir das gut vorstellen. Echt? Er hat ohne zu zögern das gesagt. Und er kann, der nur weiß eigentlich gar nicht, dass ich das überprüfen kann. Echt, ich wusste es auch nicht. Halt, du hast gesagt, dass wir nicht zwischendurch mehr auf den Server gehen wollen, ich wollte zwar einmal draufgehen, aber spinnen. Richtige Entscheidung, sonst wärst du nämlich auch verdächtigt worden. Und wo ist überhaupt das Teil? Das ist halt noch eine Sache, ich habe Orientierungssinn von einem geborenen Fisch. Seid ihr soweit? Ich bin soweit, warte drauf. Nein, 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 noch nicht, ich bin noch nicht fertig. Der fracht nur, weil er ungeduldig ist. Turm, 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 Turm. Das muss noch richtig gemacht werden. Turm. Sind die das verboten? Ja, natürlich. Mano, wir haben dem Schiff Schlucht vorhin. Willst du bitte aufhören, an deinem Mikro komische Geräusche zu machen? Das ist mein Pop-Schutz, ist ein bisschen groß. Ich mach mal kurz das Mikro aus. Gut. Äh, äh, so viele hatten wir, dann kommt hier noch Kontroll-Pult hin. Ich war am Trinken. Äh, hier, 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 hier. Hebel, 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 Hebel. Pult, Pult, ah, da kommt kein Pult-Telt hin. Pult, Pult, Hebel, Hebel, Hebel. Pult, 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 Pult. das müsste jetzt soweit fertig sein bis sie großräumiger als sonst aber weg 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 darf ich heute auch eine rakete abschießen weg weg die folge ist ein bisschen kürzer bis zum nächsten mal tschüss